Drehwaffe, Feuer! So. Ganz schön krass, ey. Das ist nicht einfach, Freunde. Deshalb rede ich auch grad nicht so viel. Boah, jetzt kommt die auch noch. Hallo! Ja! Breitseite abgeben! Hartsegel! Hartsegel! Verdammt! Boah, das ist ganz schön hart. Halbes Segel! Wenn so schnell! Halbes Segel! Bereit! Na los, na los, na los, na los, na los! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Und jetzt! Feuer! Feuer! Und Feuer! Schieß! Köpfe runter! Bereit zum Feuer! Schieß! In Deckung! Na los! Feuer! Feuer! Fuck, wie soll man das schaffen, ey? Runter! Runter! Feuer! 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 Na also, die sind weg. Ne, immer noch nicht. Drehwaffe, Feuer! So. Schieß! Könnt ihr mal untergehen, oder was? Das geht nicht! Get uns Feuer! So. Die haben wir. Alles befreit! Schieß! Verdammt! Die sind schon wieder ganz schön, äh, kaputt. Schieß! 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 Drehwaffe, Feuer! Achtung! Oh, oh. Das wird ne haarische Angelegenheit wieder. So, Feuer! Komm! Runter! Runter, 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 runter! Feuer! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, sorry! Schieß! Feuer! Feuer! Breitseite abgeben! Runter, runter! Könnt die jetzt mal eigentlich untergehen, hier, die Schiffe? Bereit zum Feuer! Die schießen! Und Feuer! So, jetzt pass mal auf! Lad mal nach jetzt hier, ihr Spastard! Schieß! Feuer! Und Feuer! Na, also! Jetzt haben wir nur noch einen kleinen K-K-Kreis hier! Feuer! Feuer! Wir sehen uns jetzt links! Kommst das mal rein! Ja, das mach ich dir extra! Und jetzt aber! Feuer! Feuer! Wir haben's geschafft! Boah! Ein hartes Stück Arbeit war das! Ich konnte nicht so viel reden! Tut mir leid, wenn ich so ruhig war! Aber es war auch... Pfff! Pfff! War hart! So! Wo müssen wir denn lang? Oh-oh! Oh-oh! Die explodieren gerade hier! Weniger Knoten! Halbes Segel! Perfekt! Hier sind wir allein! Alter! Hier sieht's aus! Wahnsinn! Und wir haben kaum noch Energie! Los! Volles Segel! Volles Segel! Gebt alles Männer! Und bleibt unsere verdammte Verstärkung! Das weiß ich auch nicht, Captain! Wir müssen die Bucht so lange halten! Das ist verrückt! Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung! Und die ganzen Kanonen sind kaputt, Captain! So! Scheiß! Boah! Boah! Wieso? Wai, wai, wai! So! In der Tat! So! Moment, Moment, Moment! Anhalten! Gebt mir alles! Volles Segel! Volles Segel! Kräft auf halbes Segel! Das kriegen wir hin mit dem Kriegsschiff hier! Bereit! Schieß! Vorne über Leifleiste! Komm! Bääääh! Raus nehmt! Hier, Captain Foster! So! Connor! Wer hat einen Bock auf ein kleines Ründchen? Zack! Bäm! Ihr scheiß Piraten! Ich zeig euch, wie das geht! Auf meinem Schiff wird anders gekämpft. Kaboom! Haha. So, Aua. Zack. Jetzt ist mal was los hier. Warte mal, ich hab's gleich. Verdammt. Wieso kann ich den nicht denn als Deckel nehmen? Ich muss doch Leertaste drücken. So. So, so geht das voran hier. Oh oh, sieht nicht gut aus für uns. Warum muss ich die alle alleine töten? Napoleon ist auch da. Ah, der Conner hat's einfach raus. Ah, scheiße. Ich muss von diesem Schiff runter. Ja, schnell. Fuck mich. So, Männer. So funktioniert das, ihr Weicheier. Die Franzosen kommen! Na, wir hätten aber auch Zeit. Wo wart ihr so lange? Croissant-Frühstück, oder was? Sieg ist geheult! Sieg ist geheult! Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versendet. Natürlich. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als ihr eure Fähigkeiten schreibt. Ja. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? Fünf von ihr rischen in den Hafen New Yorks und der britische Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen, bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen. Doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegen dich. Das krieg ich irgendwie öfters zu hören. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! So, eigentlich wäre mal wieder Zeit für ein Aufnahmepäuschen. Aber ich glaube, wir dürften es ja fast jetzt durch haben. Ich weiß es nicht. Mission beendet? Ich weiß es nicht. Ja, Kreuz, Kreuz, Kreuz. Recall kannst du vergessen, meine Junge. Da musst du noch ein bisschen üben. So. Na, Connor? Was geht jetzt? Hallo, Connor. Grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja. Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Super. Gut. Aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Auch wenn sie dann vielleicht nur fünf Minuten lang werden. Ist mir aber auch egal. Ich muss jetzt mal ein kleines Päuschen machen. Das war so aufreibend jetzt hier. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. S timelines. Beゴman. We haven't seen you in our Instagram. See you in yo. We haven't seen you in the future with you unless you guys see me. See you in my life. See you in yo. Bye bye.